was geht meine freundin herzlich willkommen auf meinem kanal die yogi ist mal wieder back am schlüssel für euch heute wieder von der galgenpark v2 im ls 22 wir haben in der letzten folge hier ein bisschen hackschnitzel gemacht und ihr wartet sehen es hat sich noch ein bisschen was getan ich habe schon mal aufgeräumt und zwar habe ich mir einen krone noch geholt einen kleinen anhänger wo ich jetzt die ganzen hackschnitzel mal reinpackt da ist noch ein stück drin wir müssen den hier leeren ich wollte den reich verwenden aber der hat einfach einen zu hohen corpus und ich konnte den nicht geringer konfigurieren deswegen auf die schnelle habe ich mir den krone geholt der hat mich 2500 euro gekostet war jetzt nicht die welt und ich habe mir gedacht wir müssen uns noch mal ein bisschen strukturieren hier am hof und zwar während dem konfigurieren habe ich nämlich folgendes festgestellt natürlich ist das hier keine schüttguthalle und deswegen passiert das hier da ist die wand einfach zu dünn nichtsdestotrotz wie gesagt wir waren uns ein bisschen umorientieren bedeutet wir haben hier oben ein gelände gekauft die 121 mit dem unterstand und dort ist auch die schüttguthalle und da habe ich mir gedacht es würde doch ideal für unsere waren eigentlich mal passen und ja das steht heute so ein bisschen auf dem plan wir müssen noch mal ein bisschen sozusagen aufräumen ich hoffe ihr habt noch mal ein bisschen geduld mit mir so und dann fahren wir das einfach alles dahin wo es hingehört das war sehr gut gut dann let's go volle konzentration ich habe übrigens gestern noch mit dem lieben party das ganze überflogen was noch so verändert werden musste wir haben den verkehr hier vorne am hof ein bisschen reduziert von der geschwindigkeit her dass er da nicht groß in schwierigkeiten kommt die fahren jetzt glaube ich so 50 oder 60 kmh ihr seht es ist schon mal ein bisschen entspannter und ich glaube das ist in ordnung so nein du hast halt immer das thema ich habe hier eine spline eine durchgängige spline gemacht und wenn ich die jetzt hier auf 30 km herunter reduzieren dann habt ihr auch die 30 km draußen auf der bundesstraße und das wäre klar so ein bisschen käse aber so ein gutes mittelmaß so hier wäre die schüttguthalle dann schauen wir uns das mal an was wir denn da tun können entweder wir packen uns gleich hier rein das wäre aber eher dann unterstand oder hier hinten rein versuchen wir es mal hier es ist es hier halt ein bisschen abschüssig das ganze deswegen komme ich gerade so ein bisschen in das große fragezeichen rein so das sieht schon ganz gut aus einmal abladen bitte jetzt bin ich mir nicht sicher ob diese anhänger der ist vom vom oldtimer auf verbitten mords ich bin mir nicht sicher sonst würde ich dem mal noch kurz bescheid stoßen dass er unten drunter die plane gerade durchgedrückt hat muss ich mal gegen kontrollieren ich glaube nicht dass es die von ihm sind so wir lassen dann kürzer luft rein es ist heute aber auch steckig hier drin so und wir haben noch glaube ich tausend liter im häcksel drin und dann würde ich aber auch sagen dass wir unser kalt dann über transportieren da haben wir drüben wunderbar so einen kleinen außenstehenden unterstand wo wir das ganze wunderbar lagen können einmal im kreis also ich muss sagen dass ich bin jetzt gerade momentan sehr sehr zufrieden der head tracker funktioniert bis dato ganz gut die technik lässt mich nicht ganz vom stich betrübt so müssen wir hier noch mal überladen starten gerade so gerade so hat es feucht oh wir haben 17.000 liter guck mal hatte ich einen kleinen zahlendreher na gut dann lassen wir den mal noch dann können wir ja hier ich weiß gar nicht komme ich da hoch dann können wir nämlich das kalt einfach in den reich rein packen vorsicht brauchen wir eigentlich noch ein name für den hund das müsste doch reichen ne hier rein ich muss mir ein bisschen hochdrücken dass es geht ne ich muss mir ein bisschen hochdrücken dass es geht ne so dann räumen wir nämlich hier einfach ein bisschen auf am hof die hühner die hühner kälber und unsere fersen sind soweit alle bedient läuft den feldstatus habt ihr vorhin gesehen habe ich soweit auch auf dem blick auf dem schirm ja es tut mir leid ich muss mal quasi ich habe langsam das gefühl so eine kleine rampe am hof wäre vielleicht gar nicht so verkehrt ne naja man könnte aber auch einfach den reich verkaufen und einen anderen holen ne vorsicht mädels sonst gibt es chicken nuggets oder wir gehen hier mal auf eine andere schaufel die presseln und lade vielleicht auch nicht ganz so verkehrt bringt uns noch mal ein paar zentimeter so gucken wir mal was unser hackschnitzel macht 13.000 ja da müssen wir ein paar mal noch hin und her fahren das hilft nicht mir hat mich schon irgendwas in richtung milch müssen wir noch ganz kurz schauen wo habe ich denn den infotrigger gülle 4000 milch haben wir noch nichts weil ich nur mit gras fütter ne das ist etwas wo ich noch nicht ganz so nachvollziehen kann im ls ich brauche ja warte mal lass mich kurz gucken bevor ich einen quatsch sage ich habe mir glaube ich gesagt ab 18 monaten müssten die eigentlich milch geben jedoch ist die produktivität nicht so gut weil ich keine mischration habe aber zum beispiel ist es ja so in den bergen wo auch käse und so weiter hergestellt wird da wird die auch noch mit gras gefüttert und die geben ja trotzdem milch vielleicht habt ihr mir da so klitzekleinen tipp wie ich das am besten anstellen könnte damit wir hier trotzdem so in richtung milchvieh betrieb gehen können aber jetzt nicht zwangsläufig in nächster zeit mit mischration dann ist aber auch ein verkehren ja sorry aber ich muss halt auch ich habe keine zeit hier immer rechts gucken falls da einer rauskommt tut er euch am einfachsten ich hoffe die telekom ist hier bald fertig mit glasfaser verlegen ich würde das kann noch so ein bisschen weiter hinten rein drücken weil ihr seht ja da bin ich noch ein paar mal unterwegs kam jetzt doch mehr raus man hätte aber doch die andere tür fahren können wäre auch eine opportunity gewesen aber wie habt ihr mir gesagt so wie da rein bist muss ja wieder raus fahren dann passiert sowas nicht wie beim letzten mal hängen bleiben so hier müsste einfach ein bisschen rücksicht nehmen es ist halt die kai was willst du tun das ist nicht nachvollziehbar warum die so stehen bleibt direkt vorher und nicht an der seite die hat ja die kolle aber jetzt schaste gehen besser kommt auch die fahrer fahrt zu aber das sind gerade so diese tätigkeiten ich persönlich echt mal wenn ganz ganz viel am hof passiert für mich ist einfach der hof klar das zentrale stück in so einem ls auf so einer karte aber wenn du dann wirklich so viele tätigkeiten hast wie jetzt heute und in der letzten folge da macht es halt richtig spaß wenn das umgucken muss ich noch ein bisschen feinfühliger werden so dann kann mich nämlich bald beim felix beworben als hof praktikant ja das ist höchste präzision dankeschön dafür warum auch immer höchste präzision wir gucken nicht so genau hin let's go ja keine ahnung was das jetzt wieder gerade war danke dafür wenn der aufkleber weg wäre wäre es gar nicht so verkehrt das genau so diese diese 20 cm was da einem fehlen damit man das ordentlich sieht was nicht haben wir da eine alternative wir haben ja gesagt ein teleskoplader wäre nicht verkehrt die sind halt alle so relativ breit der ist zu groß ich weiß nicht ob der hier von der breite wir müssten uns den vielleicht mal anschauen der deutsch dass wir irgendwie in so eine richtung gehen die passen halt hinten nicht rein das ist mein problem bei der heizung und beim frontlader gut was willst du da tun da hast du halt nur den die hier sind hundertmal zu klein das einzigste dass man halt wieder auf den kramer gehen der wäre von der breite her noch in ordnung ist halt ja ein alltagsfahrzeug nenn ich es mal ne das war das was man halt sonst auch immer hat gosh du da runter weh ich find da nachher häufle drin das wäre schön wenn man die hinten abklappen könnte die obere reihe eine abklappen dann wäre das schon erledigt na so fahren wir noch mal drüben das ist halt ein hin und her aber ganz gemütlich ich bin zufrieden es läuft keine mittelschweren krisen hier bin sehr zufrieden es ist eine gute aufnahmesession eigentlich müsste ich gleich mal 100 100 folgen aufnehmen sagt er und wird geliefert kaputt sagen wir sind noch vor ich so gut hier durchkommen so jetzt schöner schlepper gibt es übrigens auf verbitten mods wenn er irgendwelche schlepper von mir sucht ich bin immer entweder auf unserer eigenen seite morningwelt unterwegs im mod hub oder auf verbitten mods woanders lad ich nicht mehr runter das hat einfach so die erfahrung mit der zeit gegeben ja da habe ich ein bisschen was zu tun ich hoffe ich krieg das da alles reingedrückt mit schwung hindre die animation passt glaube ich auch nicht ganz kann es sein er kippt erst aus und dann hebt er an müssen wir noch mal austauschen gut freunde ihr seht ich habe noch ein bisschen was zu tun ich werde hier noch stunde lang im oft beschäftigt sein das zeug hin und her zu kutschen ihr seht aber wie der plan ist ihr seht in welche richtung ist mal wieder geht ja es sind jetzt einfach so zwei hoffolgen gewesen wo ihr einfach mal komplett dabei sein dürft ich wollte es jetzt nicht wieder cutten dass er einfach sieht dass ich das halt wirklich mir die mühe macht ist zeug hin und her zu kutschieren wenn es euch gefallen hat würde ich mich wie immer über like freuen abo le cost wie immer nix und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder und zwar auf dem feld da müssen wir dann kalken in dem sinn macht es gut bis dann euer yogi ciao